Ich begrüße Sie zu Israel Netz TV mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Angehörige von palästinensischen Terroristen erhalten in Zukunft höhere Belohnungen. Die Zahlungen orientieren sich nun am Index für Lebenshaltungskosten in den Palästinensergebieten. Das gab die Nationale Vereinigung der Märtyrerfamilien Palästinas bekannt. Diese ist eine Abteilung der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO. Die Bundesregierung prüft nach eigenen Angaben derzeit, ob Hilfsgelder an die Autonomiebehörde, auch der PLO und damit den Terroristen zugutekommen. Ein Militärgericht hat drei israelische Soldaten zu 42 Tagen Haft verurteilt. Sie wurden für schuldig befunden, exzessive Gewalt gegen einen gefesselten Palästinenser ausgeübt zu haben. Die Angeklagten waren geständig. Die Soldaten hatten im Oktober in Hebron einen gesuchten Palästinenser verhaftet. Dieser leistete Widerstand und griff den Kommandeur an. Die Soldaten führten den Gefangenen in einem Armeefahrzeug ab. Dort hätten sie ihn auch dann noch geschlagen, beleidigt und erniedrigt, als er bereits unter ihrer Kontrolle war. Der israelische Verkehrsminister Katz hat einen ungewöhnlichen Plan vorgestellt. Er will eine Eisenbahnlinie von Israel nach Jordanien verlegen lassen. Dies soll auch Saudi-Arabien und den Ölemiraten am Persischen Golf einen einfachen und billigen Zugang zum Mittelmeer ermöglichen. Der Plan werde das Wirtschaftswachstum fördern und die Beziehungen zwischen Israel und den arabischen Ländern der Region stärken. Eine begrenzte Anzahl von palästinensischen Geschäftsleuten darf jetzt wieder mit dem eigenen Wagen nach Israel einreisen. Nach Angaben der palästinensischen Autonomiebehörde handelt es sich dabei um insgesamt 270 Personen. Seit Beginn der sogenannten zweiten Intifada im Jahr 2000 war palästinensischen Geschäftsleuten die Fahrt im eigenen Auto über die Grenzübergänge aus Sicherheitsgründen untersagt. Am Montagabend hat das einwöchige Passa-Fest begonnen. Es erinnert an die Befreiung aus ägyptischer Sklaverei unter Moses' Führung vor mehr als 3000 Jahren. Während der Festwoche sollen Juden keine Speisen essen, die Sauerteig enthalten. Dutzende junge Israelis und afrikanische Asylsuchende haben am Montag vor der Haftanstalt Cholot in der Negevwüste gemeinsam Seder gefeiert. Die Veranstaltung solle Parallelen aufzeigen zwischen der Geschichte des Volkes Israel und den Bedingungen, unter denen Asylsuchende in Israel leben. Das war Israel Netz TV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche wieder zu den wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion begrüßen dürfen. Und wir können hier, die Verständnis haben. Wir sehen uns, wenn wir die Diagnose auf den Weg nachrichten. Wir sehen uns, dass wir, die Verständnis von denen ausprobieren. Wir sehen uns, wenn wir, die Diagnose auf den Weg nachgeschäftigen die Tradition ausführt haben. Wir sehen uns, wenn wir, die Diagnose aufbauen. Vielen Dank.